Gerhard Polt ist ein deutscher Kabarettist, Autor, Fernseh- und Filmschauspieler. Leben Schon wenige Monate nach Gerhard Polts Geburt zog seine Mutter mit ihrem Sohn während des Zweiten Weltkriegs in den katholischen Wallfahrtsort Althötting, um der zunehmenden Gefahr durch Bombenangriffe in München zu entgehen. Sein Vater Richard, Rechtsanwalt und während des Kriegsmajor, verbrachte einen Teil der Kriegsjahre in Wien. Nach der Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft nach München bezog die Familie 1951 wieder ein gemeinsames Zuhause in der Stadt. 1957 erfolgte erneut ein Umzug Polts mit seiner Mutter innerhalb Münchens in die Amalienstraße in der Maxvorstadt. Dieser Straße widmete er Jahre später sein erstes Hörspiel als wenn man ein Dachs wär, in seinem Bau. Auf das Abitur folgten das Studium der Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik München und Geschichte an der Universität München, anschließend das Studium der Skandinavistik und des Altgermanischen von 1962 bis 1968 in Göteborg. Polt spricht fließend Schwedisch und trat mit einem schwedischsprachigen Bühnenprogramm U. A. vor König Karl XVI. Gustav Auf. Nach seiner Rückkehr nach München arbeitete Polt als Übersetzer, Lehrer und Dolmetscher. Heute lebt Polt in Neuhaus. Er ist seit 1971 verheiratet und hat einen Sohn. Polt begann seine Karriere mit einer Hörspielproduktion des hessischen Rundfunks, als wenn man ein Dachs wär, in seinem Bau. Darin spielte er die Rollen von mehr als 30 verschiedenen Personen, die durch Maßnahmen der Stadtsanierung aus ihrer angestammten Umgebung, der Münchner Amalienstraße, vertrieben werden. Seinen ersten Bühnenauftritt hatte Polt 1975 mit dem kabarettistischen Programm der Kleinen Nachtrevue in der Münchner Kleinen Freiheit. Es folgten große Publikumserfolge an den Münchner Kammerspielen, die er mit dem Regisseur Hans Christian Müller realisierte und in denen U. A. auch Dieter Hildebrandt, Otto Grünmandel und Gisela Schneeberger mitwirkten. Einem größeren Publikum wurde Polt durch seine zwölfteilige Sketch-Reihe Fast wie Jahr im richtigen Leben bekannt. Seine Partnerin in diesen vom Bayerischen Rundfunk produzierten und 1979 erstmals ausgestrahlten Sendungen war Gisela Schneeberger. Es folgten Kinofilme wie Keraus, Man spricht Deutsch und Germanicus. 1979 wurde ein Manuskript Polts für die Sendung Einwürfe aus der Kulisse von Redakteuren des ZDF um einige kritische Stellen über Friedrich Zimmermann gekürzt. Polt revaschierte sich ein Jahr später bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises, die vom ZDF übertragen wurde. Da ihm erneut verboten worden war, Zimmermann zu erwähnen, hielt er in der ihm als Preisträger eingeräumten Zeit keine Ansprache. Stattdessen schlug er, unterbrochen von kurzen Pausen, scheinbar die Minuten tot, indem er Z. B. darüber sprach, dass er nichts sagen würde, und deutete an, dass er sonst in einen Rechtsstreit mit einer »Rechtsabteilung« kommen könne, den er sich finanziell nicht leisten könne, mit Hinweis auf eine auf der Bühne laufende Sandtour wies er zudem immer wieder auf das Vergehen seiner angeblich zehnminütigen Rede bzw. Bühnenzeit hin und empfahl U. A. dem Fernsehpublikum, auf die Zeit zu achten, falls nämlich nur ein Ausschnitt, Z. B. nur acht Minuten, seiner Bühnenzeit gesendet würde und damit ja ein Teil fehlen würde. Tatsächlich ging Polt nach etwa acht Minuten von der Bühne. Ebenfalls 1980 trat er als Gast in der ersten Folge des Scheibenwischers auf und nahm dort erneut Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem ZDF. Er sprach über Satire im Fernsehen und zitierte den Programmdirektor mit der Aussage, die Satire soll die Wirklichkeit nicht überzogen widerspiegeln. In seinen Rollen spielt Polt oft den engstirnigen und wenig reflektierenden Bürger, der mit großer Selbstverständlichkeit seine Meinung kundtut. Dabei bedient er sich auch gern bestimmter Klischees – die Intoleranz der Deutschen, die deutsche Fremdenfeindlichkeit. Aber auch Intellektuelle, Neureiche, Beamte oder Politiker werden von ihm pointiert dargestellt. Viele seiner Bühnenauftritte absolvierte Polt zusammen mit der Biermöss Blossen. 1990 wirkte er zusammen mit der Biermöss Blossen an dem Toten Hosen-Album auf dem Kreuzzug ins Glück mit. Am Ende des Jahres 2005 tourte er mit den Toten Hosen und der Biermöss Blossen durch verschiedene Theater- und Opernhäuser und spielte unter der Regie von Hans Christian Müller das Programm Abwend. Anlässlich seines 70. Geburtstages zeigte das Literaturhaus München vom 2. März bis 15. Juli 2012 eine Ausstellung mit dem Titel Brauchts des? Gerhard Polt zum 70. Seit 2016 engagiert sich Polt in München für die Gründung eines «Haus des Humors» in einem denkmalgeschützten Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Wiehofs. depuis 50 Juli 2018 unter der Regie von Lisa